Hallo und herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich größten Abenteuer in meinem Leben bisher. Und zwar habe ich nämlich vor, mit einem guten Freund von mir den höchsten Berg in Deutschland zu besteigen, und zwar die Zugspitze. Die Zugspitze ist 2960 Meter, glaube ich, hoch ungefähr, also knapp unter 3000 Meter. Und warum das Ganze so spannend für mich ist, das ist insbesondere aus zwei Gründen. Also erstmal die Fitness. Da muss man eben wirklich fit sein, um da hoch zu kommen. Es geht eine 7-Stunden-Wanderung hoch durch das Höllental. Übrigens ein sehr passender Name für meine erste große Alpintour. Und noch viel spannender sind natürlich die Klettersteigpassagen. Das sieht nämlich dann genau so aus. Es geht hier wirklich auf solchen Stahltreppen, geht es hier am Berg entlang, teilweise senkrecht hoch, teilweise quer rüber. Und insbesondere die, die mich kennen, die wissen, dass, sobald es bei mir an ein Geländer geht, an eine Klippe, an einen Abgrund, an einen hohen Turm, dass da schon das Thema Höhenangst eine Rolle spielt. Und das ist auch insbesondere das, was das für mich wirklich zu einer riesigen Herausforderung macht, zu einer riesigen Herausforderung macht und zu einem riesigen Abenteuer am Ende des Tages. Aber ich freue mich drauf und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und ab geht's. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist es soweit. Ich bin auf dem Weg nach Garmisch-Baden-Kirchen. Also ich muss sagen, ich freue mich riesig, bin auch ein bisschen nervös, aber fühle mich jetzt auch gut vorbereitet. Ich habe tatsächlich die letzten Tage und Wochen irgendwie alles daran getan, irgendwie fit zu sein, dass ich mir ja nicht noch Corona oder irgendwas einfange, habe geguckt, dass meine Waden und die Beine alles okay ist. Also kurzum, ich bin fit, ich freue mich riesig und jetzt haben wir eine circa fünfstündige Fahrt vor uns und dann sehen wir uns gleich wieder in Garmisch-Baden-Kirchen. So, ich bin endlich nach einer doch etwas längeren Fahrt hier runter angekommen in Garmisch-Baden-Kirchen und wir sind jetzt schon vollkommen ausgerüstet auf dem Wandersparkplatz Hammersbach, glaube ich. Ich gucke so fragend Richtung meines Begleiters. Stimmt das? Wandersparkplatz Hammersbach. Wandersparkplatz Hammersbach. So heißt der hier. Hier starten wir unser Trip zur Zugspitze. Dabei ist wie im letzten Jahr in Norwegen. Markus, der wird mich mit hochbringen auf den Berg. Und wir starten jetzt, wir können ja schon mal langsam loslaufen. Wir starten jetzt nämlich zu einer Hütte. Das ist die Hölltal Angerer Hütte. Höllental Anger Hütte. Das ist geil. Das ist das gleiche wie letztes Jahr. Markus sagt gerade geil. Das ist das gleiche wie letztes Jahr. Also ich habe tatsächlich immer, mit der ich dir nur die halben Sachen sich merken. Aber gerade wenn ich so einen erfahrenen Führer dabei habe, bin ich da auch entspannt und verlasse mich mal auf die Guide. Und wir laufen da jetzt hoch, so circa zwei Stunden, auf eine gewisse Höhe, die Markus bestimmt auch kennt. Wir laufen da jetzt auf 1350 Meter hoch, circa zwei Stunden. Da oben haben wir dann Abendessen und morgen früh geht es dann weiter. Und jetzt laufen wir erstmal und gucken uns ein bisschen die Gegend an. Markus spricht mir die ganze Zeit schon Mut zu für die Klettersteigpassagen morgen. Psychisch mich darauf vorbereiten. Das ist auch tatsächlich was, was jetzt so seit ein, zwei Wochen bei mir immer so ein bisschen präsent ist. Dieser Gedanke, wie wird denn das werden? Und kann ich aber tatsächlich wirklich nur morgen sagen. Ich bin sehr zuversichtlich, aber die Wahrheit liegt im Berg. Sehen wir dann morgen, wenn es das erste Mal ein bisschen steiler wird. Es wird jetzt hier deutlich steiler, deutlich klammiger. So, jetzt geht es hier in die Klamm. Da müssen wir Eindruck zahlen. Ich warte hier die ganze Zeit auf einen leisen Ort zum Filmen. Aber es gibt keinen leisen Ort. Es ist überall super laut. Aber ich wollte einfach mal kurz sagen, dass es echt unfassbar schön ist hier. Es wird völlig geflasht. Hier weiß man gar nicht, wo man hingucken soll. Jetzt regnet es hier. Guck mal ganz rechts, oder? Ja, ganz rechts. So, wir sind gerade die letzten Meter in Richtung Hütte. Und jetzt ist auch auffällig schön ruhig gerade geworden. Also jetzt ist der See, der Flussweg, richtig idyllisch grüner geworden. Und wir haben es, habe ich gerade gesagt, gleich in einer guten Zeit geschafft. Zwei, wie war das? Zwei Stunden, nicht ganz. Und sag nochmal den Namen der Hütte, Benni. Die Angerhütte, Angerhüllthalhütte. Hüllental-Angerhütte. Irgendwann kriege ich es. Bis da auf die Spitze habe ich es. Morgen ist Abschlusstest. Und wir haben hier oben die... Markus hat mir gerade gesagt, der Endgegner ist verborgen in den Wolken da. Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, wir wären schon oben fast. Und dachte, das hier wäre die Spitze. Dieses Ding hier oben. Aber da hinten ist wohl dann... Oh ja, jetzt sieht man es ein bisschen, gell? Das ist dann der Anfang da, was hier hoch geht. Da laufen wir hoch, gell, übrigens. Wo? Da. Da laufen wir hoch durch die... Die Wand? Ja. Geil. Ja. Ich freue mich. So, hier sind wir übrigens in der Hütte. Geschafft. Erste Etappe. Hier kann ich es auch nochmal. Höllental-Angerhütte. Ist auch ein schweres Wort. Das Höllenteam. Ja. Oh, guck mal, was es da gibt. Na? Das hat die ist aber gleich mal gesetzt. Fräge Bild, ey. Tschüss, liebe Hütte. Ein wunderschönen guten Morgen. Wir sind nach einer sehr kurzen Nacht, jetzt ist es 4 Uhr morgens, nee, was ist jetzt? Halb 5? Halb 5. Eine sehr kurze Nacht. Ich habe irgendwie gefühlt überhaupt nicht geschlafen. Teils vor Aufregung, teils vor, weil ich eh nicht gut schlafe in Hotels. Das ist unsere Hütte übrigens, konnte ich gestern gar nicht zeigen. Also war wirklich schön. Schön gegessen, schön Bierchen getrunken. Und jetzt muss ich mich auch beeilen mit der Anmoderation, weil wir wollen auf den Berg. Und so sieht es hier oben aus. Bergheil. Bergheil. Wir sind auch beide froh, dass es schon ziemlich, äh, doch relativ hell ist heute Morgen. Wir haben uns noch Gedanken gemacht, ob es vielleicht zu dunkel ist um halb 5. Aber es ist schon gut. Jetzt kommt hier das härtere, härteres Gelände. Und ich sage gerade hier, hier geht es jetzt hoch und es sieht irgendwie so aus, als ob es hier gar nicht hoch geht. Aber die einzelne, vereinzelte Stirnlampen sieht man schon am Berg. Da unten ist die Hütte. Jetzt sind wir schon einige Meter hochgekommen und ich verabschiede mich jetzt von der Kamera hier und schalte auf die da oben nachher dann um. Weil hier jetzt doch irgendwie mal beide Hände braucht. Schlingelt uns das Tal hoch. Es wird deutlich steiniger und ein bisschen steiliger. Steiliger. Sozusagen in der Bergsprache. Wir können mal unseren Rastplatz hier filmen. Wir haben uns hier gerade, ich soll mal meinen Helm nehmen, meine Helm-Fam. Ich habe uns hier ein bisschen hin gemütlich gemacht. Die Sonne geht schön auf. Und es gibt ein phänomenales Bergsteigerbrot. Und man hat diesen tollen Ausblick, Sonnenaufgang. Wahnsinn. Ein bisschen ein Thema, was die ganze Zeit wie so ein Amoklesschwert über uns lastet. Das ist das Thema des Stuhlgangs. Das Ob, Wo und Wann. Und wie viel. Und wie viel. Das wird noch spannend. Die Frage, wurde mir gesagt, sollten wir bis zum Klettersteig geklärt haben. Aber jetzt geht es hier erst mal wieder schön bedächtig. Das Bergchen hoch. Wir sind doch noch schön alleine, finde ich, bis jetzt. Ja, und warum wir so schön alleine waren, das haben wir dann gleich ein bisschen später herausgefunden. Ja, drei Höhlenmeter haben jetzt leider zu viel gemacht. So, wir machen mal einen Sockenwechsel am Berg. Ich entscheide mich doch für die besser gepolsterten Socken. Weil meine dünnen Socken, die haben doch ein bisschen gedrückt. Und wir haben auch ein paar Höhlenmeter zu viel gemacht. Haben wir gerade gemerkt, wir sind irgendeine Abbiegung haben wir falsch genommen. Und jetzt machen wir einen kleinen Abstieg erst mal, bis es wieder hoch geht. Aber das wäre ja auch zu einfach, wenn man wirklich nur die Zugspitze hochgehen würde. Jetzt sind wir jetzt leider eine halbe Stunde den Berg hochgelaufen. Umsonst. Ist ein bisschen ein Rückschlag für die Psyche. Ich habe mich nämlich schon die ganze Zeit auf diesen Klettersteig mental vorbereitet. Der kam und kam nicht. So, wir sind tatsächlich das erste Mal in den Klettersteig eingestiegen. Nach einigen Umwegen. Man kann sich jetzt hier auch schon sichern, könnte man. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich da jetzt noch mehr als gut aufgehoben, ohne immer diese Gurte reinzuklicken. Das machen wir dann, wenn es steil wird. Jetzt bin ich auch wieder motiviert. Nach der ersten psychischen Härteprobe, die wir heute hinter uns haben, unserer Hütte, Hölltal-Angerhütte. So heißt sie, oder? Höllental. Ach, leck mich doch am Arsch. Das ist doch hier. So, das wäre jetzt hier unsere erste Kletteraktion. Ich verkraft das deutlich besser wie gedacht. Ich glaube, dass diese Sicherungsgurte doch einiges dazu beitragen. Also ich bin extrem stolz auf mich, muss ich sagen. Ich habe dieses erste Stück da gemeistert. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie läuft es bei dir, Markus? Was sagst du zum bisherigen Aufstieg? Ich bin sehr zufrieden. Da muss man das legendäre Käsebrot rausholen. Die haben die ersten Kletterpassagen erfolgreich gemeistert. Aber die Oberschenkel, die merkt man halt schon. Das kann man jetzt auch nicht ausschalten. So, wir laufen jetzt hier gemächlich, mit vielen Leuten den Berg hoch. Durchschnittlich anstrengend. Bis anstrengend. Aber wir halten das stets nach dem Werbespruch der Erfurter Raufaser immer an der Wand lang und schlängeln uns hier den Berg hoch. So, ich muss mal den Helm absetzen, weil das mit der GoPro irgendwie doch schwer ist die ganze Zeit. Jetzt gehen wir hier in die Helmkamera-Perspektive. Hier geht es den Gletscher jetzt hoch, Richtung Gletscher. Aber Markus sagt mir gerade, hier wäre früher, also ganz früher, alles Gletscher gewesen. Jetzt ist noch ganz da oben das letzte Stück. Sonne brennt. Ich versuche richtig langsam zu laufen, damit keine Müdigkeit zu sehr aufkommt in den Beinchen. Das soll gleich ein realistischer Review werden von dem Aufstieg. Das ist schon sackanstrengend. Das kann man jetzt nicht mehr viel anders sagen. Das geht sehr zermürbend, sehr lange, sehr steil auf dem Gletscher zu. Und das ist schon so an der Grenze von dem, was Oberschenkel bei mir so gerne mitmachen. Wir füllen jetzt nochmal unsere Wasserflaschen hier auf. Also das war nicht ohne jetzt hier hoch. Das war nicht ohne und ein sehr anstrengendes Stück wartet noch. Und gerade die Extrarunde von heute Morgen her, die habe ich echt im Bein. Ich werde jetzt erst nochmal ordentlich trinken, dass es keine Krämpfe gibt. Eiskalt. Nur mit Gletscherquellen. Hier war dann die Stelle, wo alle ihre Steigeisen angelegt haben, die wir auch zum Glück dabei hatten. Denn ohne wäre an diesem Tag wirklich gar nichts gegangen am Gletscher. So, wir haben gerade den Gletschereinstieg machen wir gerade. Hier eine kleine Gletscherspalte. Ich wurde gerade angewiesen, nicht den Pfad zu verlassen, weil hier so kleine oder auch große Gletscherspalten sind. Wir haben jetzt die Steigeisen an den Füßen. Hier. So. Und jetzt geht es hier hoch. Oh, schön kühl ist das gleich. Das ist ja wie ein Kühlschrank. Herrlich. Also hier braucht man echt Vertrauen in diese Steigeisen. Und solange man diese Steigeisen richtig schön da rein rammt, haben die einen unglaublichen Halt. Ich laufe hier gefühls senkrecht einen Berg hoch. Ich habe gerade laut gesagt, scheiß die Wand an. Es entwickelt sich wirklich zum Abenteuer meines Lebens, weil die körperliche Leistungsfähigkeit an ihre Grenzen stößt. Und es noch hier einen schönen Endspurt-Klettersteig gibt. Das ist ein Psychospiel gerade ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir diesen Ausblick nochmal honorieren. Das ist schon immer Wahnsinn, was für Strecken man dann doch zurücklegt. Ja. Jetzt Steigeisen aus, jetzt geht es hier weiter. Ach guck mal, die sieht auch entspannt aus. So, wir steigen jetzt den Klettersteig wieder ein vom Gletscher. Du hängst auch, bevor du mal hier drauf gehst. Auf jeden Fall das hier rein, damit du dich abspürst. Ja. So, ist schon mal ab. Weg ist er. Dann kommst du da unten irgendwo wieder raus. Bis gleich. Bis gleich. So, das ist jetzt schon... Ja und hier im Einstieg zum Gletscher, da wurde es dann das erste Mal wirklich ernst für mich. Also man merkt es deutlich daran, dass ich quasi überhaupt nichts mehr sage. Denn hier ging es plötzlich wirklich senkrecht die Wand hoch. Und insbesondere gab es immer weniger bzw. irgendwann gar nichts mehr zum Festhalten außer den blanken Felsen. Und als wäre das allein nicht genug, haben sich auch noch genau hier zu allem Überfluss noch meine beiden Karabiner verhackt, sodass ich wieder zwei Meter runterklettern musste, um die irgendwie vom Felsen zu lösen. Also kurzum für mich die absolute Schlüsselstelle und in dem Moment war ich wirklich im reinen Überlebensmodus. Das ist jetzt schon, wenn ich mal sagen, grenzwertig. Also das ist hier, ich habe schon gesagt, das ist grenzwertig, oder mein lieber Gesangsverein. Ja, ist das jetzt dann doch was für dich? Das ist jetzt so, vor allem wenn da keine Griffe sind unterwegs und plötzlich soll es den Berg steigen, da habe ich gedacht, was soll denn das? Aber, ich sage mal so, ich habe mich wirklich gefangen. Also es war kurz mal so, wo ich gedacht habe, Markus, also hier sind wir gerade. Ich bin wieder stolz auf mich, wo ich hier gerade bin und fühle mich eigentlich okay. Guckt euch das an. Ich muss mir merken, dass ich doch nicht so oft runter gucke. Also ich gucke sehr oft runter. Das tut dann nicht gut. Hier oben sieht man, es ist die Bergstation von der Seilbahn. Ja. Auch geil. Es ist unfassbar, dass man da wirklich hochklettern kann. Das sieht immer aus, als ob man da nie im Leben hochkommen könnte. Okay. Hier sieht man auch schön an meiner Pulsuhr, dass die zunehmende Höhe auch wirklich das Ganze immer anstrengender macht. So, wir schlängeln uns hier gemütlich den Berg weiter hoch. Wir sind übrigens immer doppelt gesichert. Macht immer einen ins Neue. Dann kommt der Nächste. Erst dann geht es weiter. Dass man hier immer für einen Notfall gesichert ist. Mittlerweile geht es hier. Da sind wir überall schon hergekommen. Der Wahnsinn. Der Gletscher ist jetzt schon Stau. August bei mir dauert das ein bisschen länger hier. Aber ich habe irgendwie... Ich habe meinen Kindern und allen so oft versprochen, dass sie auf mich aufpassen. Und die haben nicht annähernd eine Idee, was das hier ist. Das ist in meiner Denkenskategorie hier. Hochalpiner Scheiß. Oh, herrlich. Wenn du dich irgendwie hier so hinlockst, ein Stück zurück, weißt du nur, dass die halt frei kommen. Wenn du den Rucksack da so neben dich stellst... Kann man schon machen, gell? Ich bin nicht mehr gesichert, was ist jetzt los? Bleibt schön weit hinten. Markus, du machst es an. Dann setze ich jetzt in meinen Füßen von mir auf. Nein, alles gut. Geht noch eins tiefer vielleicht? Ich weiß nicht, ob ich das hier so genießen kann. Einfach um den Berg noch ein bisschen zu spüren. Das mache ich immer ganz gut. Wie du das Handy hältst, kann ich nicht sehen. Wir machen noch vor dem finalen Aufstieg eine kurze Pause. Für mich eine ziemliche Mutprobe hier, so ungesichert zu sitzen. Aber, ja, Wahnsinn. Das kann ich nicht sagen. Also während der gesamten Kletterpartie hatte Markus mit ganz anderen Themen zu kämpfen. Wie hier zum Beispiel die Tatsache, dass ein Schmetterling, den er gerade fotografieren wollte, an der Steilwand plötzlich weggeflogen war. Schmetterling auf dem Kopf hier. Das ist jetzt hier wieder echt anstrengend. Insgesamt ist das echt eine konditionelle Grenzerfahrung. Hier oben ist es auch schon. Hier geht es runter. Das ist der absolute Wahnsinn. Meine Kraft ist am Ende. Höhenangst setzt dann exponentiell stärker ein. Mit der absolut schwindenden Kraft. Mit der absolut schwindenden Kraft. Das ist Abenteuer meines Lebens. Alter Falter. Wenn Markus sich das gewusst hätte. Da oben ist das Ding. Mit Skifahren wird es heute nichts. Ich kann nicht mehr. Guck mal, da oben ist der Pokal. Ach Wahnsinn. Letzte Meter. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Kann die GoPro eigentlich auch Fotos machen? GoPro Foto? Das ist eine Frage. Sprichst du mit deinem Gerät? Die spricht, ja. GoPro Aufnahme stoppen. Und dann gab es natürlich noch das gemeinsame Foto auf dem Gipfel. Genauso mehr. Er ist Instagram-Model. Aber um ehrlich zu sein, konnte ich in dem Moment noch nicht so ganz realisieren, was wir da eigentlich hinter uns gebracht haben. Wir sind tatsächlich oben. Ich habe es tatsächlich geschafft, auf die Zugspitzen zu klettern. Und so oder so ähnlich geht es jetzt schon eine ganze Weile. Weil es doch was echt abaltig Besonderes war. Ich wahnsinnig stolz bin. So, habe mich wieder gefangen. Also, ich hatte es doch emotional mehr gebeutelt, wie ich gedacht hätte. Einfach überwältigt von der Leistung. Von allem, weil, keine Ahnung, wer klettert schon auf die Zugspitze, ne? Geile Sache. Ja. Du fluchst, du hast gar nicht.